Bauer-Ledysucht ist zurück. Hallo, Frau. Hallo, Marco. Ich habe noch nie eine Frau geküsst. Ich bin eine junge Frau. Die grosse Liebe zu finden ist eine Herausforderung. Für meine grosse Liebe würde ich alles geben, was ich kann. Neue Bauern und Hofdamen. Hoi. Hoi, Monika. Ich meine, die Hölle soll ich auch geben. Einfach ein unbeschreibliches Gefühl. Erleben romantische Abenteuer. Und ganz viel Liebe. Mein Herz schlägt schon ein bisschen höher. Bauer-Ledysucht. Ab Donnerstag, 12. August, 20.15 Uhr. Auf 3plus.